Da ist es. Das mal noch. Was hast du jetzt, dass fertig erkannt? So, jetzt möchte ich das nochmal ansprechen. Ah, ok. Ich will Ansprüche stellen. Willst du mich anficken? Wie stelle ich Ansprüche? Diplomatie meistens, oder nicht? Ja, denn es kommt nichts im Fenster, wenn ich Ansprüche stelle. Also, ich will schnell... Ich habe doch das auch schonmal gemacht. Aber wie heisst das jetzt? Jetzt hättest du mal nicht können und... Oh, Mandat. Wo ist denn das Jalon Mandat? Ah, da... Ich bin bürtig. Also, mit denen könnten wir es aufnehmen. Ah, du bist schon Rival mit denen? Ja, ich bin... Ich bin alles. Feindlich. Streitsüchtig. Überlegen. Arschloch. Was soll das denn alles so sein? Ich könnte eigentlich auch anfangen, mal einfach beleidigen, he? Naja, beleidigen ist immer gut. Ja, aber das ist ja so langweilig. Ja, so bauen sich Konflikte aus, das müssen die beiden doch eigentlich wissen. Ich kann nicht. Ich kann ihn nicht einmal beleidigen. Wieso kann ich den nicht einmal beleidigen? Du bist fast komplett. Er fordert angespannte Beziehung. Oder einen gesandten, der zur Verschlechterung der Beziehung... Ja, okay. Das heisst, ich müsste sich die Beziehung verschlechtern. Für das müsste jetzt jemand abziehen. Sorry. Ich muss den. In dem Fall. Okay. Gut. Jetzt ist schon wieder irgendeiner verreckt. Natürlich. In Rock City ist einer verreckt. Alter, 101. Wow. Todeswahrscheinlichkeit 0%. Was heisst das? Okay, der kann nicht sterben, heisst das? Ein Unsterblicher. Witzig. So, jetzt bin ich endlich mal... Jetzt habe ich mir mein... Ähm... ...Energieproblem angehen. Das ist ja nice. Heisst... Another thing found. Wir können nicht länger den Kriegsgrund Unterwerfung gegeneinsetzen. Unterwerfung? Das muss ich doch haben, oder? Unterwerfung. Das klingt gut. Das klingt auf jeden Fall... Ja, aber erobern klingt eigentlich auch gut. Eigentlich ja. Beides ist voll okay. Beides ist voll okay. Tch. Okay. Wo ist das? Weisst ihr alle? Da haben wir Piraterie. Wieso haben wir hier Piraterie? Was mache ich gegen Piraterie? Ähm... Wind Damien. Construction complete. System Survey complete. Jetzt haben wir 119. Ah, jetzt habe ich hier so einen Halt ausgefahren, aber wie, wo ist jetzt alles schon wieder? Ah, da. Sehr gut. Oh. Ja, ich glaube, ich habe hier noch keine Ahnung, aber ich will nicht wirklich, ich werde hier noch mal kurz. Oh. 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 Das war's für heute. Ähm, Anflieger? Nein, sei denn irgendein Schiff? Du hast... Du hast keine... Ah, ich habe es gefunden. Du kannst auf der linken Seite gerne, äh, Erlasse anklicken. Und dann kannst du irgendwie so Zeug ausgeben. Und dann kannst du zum Beispiel Bildungskampagnen machen. Ja, aber das Zeug kostet mega. Auf was willst du raus? Ähm... Darum steht an den Fenstern etwas. Also man kann sicher ein Hochschulprogramm machen. Was hat das genau mit Krieg zu tun? Nein, es geht nicht darum, du hast doch vorher gefragt, wie man kann. Vorher, vor 100 Jahren. Ja, du hast ja mega explodiert. Ja, ich habe etwas mal machen müssen. Oh nein, du bist mega reich. Weisst du so, es war so ruhig. Ja. Ja, ich konnte nichts anderes machen. Wir verteidigen hier die Galaxis gegen... Oder für die Menschen recht. Und du bist ja der Ausbreiter. Ja, aber es hat im Fall mega Löcher drin. Also weisst du, ich habe nicht alles voll erschlossen. Es hat recht Löcher drin. Oh shit, stop. Also... Construction complete. Gut, äh... Jetzt bist du da... Kannst du das... Ah, das kann ich noch nicht. Aber was ich kann, ist doch in dem Fall... Besser auch. Besser auch. Besser auch. Besser auch. Hat das jetzt etwas gebracht? Ja, das hat etwas gebracht. Aber da in Westeralm ist die unbedingt mal ein paar... Schiffpaar. Oh. Vorsicht ist gespielt. Besser auch. Schiffpaar. Besserer. 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 okay oh ja Und in diesem Fall kommen wir wieder zurück, dann kommst du hier oben. Wieso habe ich hier noch nichts gebaut? Und vor allem habe ich hier noch ein Konstruktionsschiff. Ja, bist du dumm bist, das dauert einfach ewig. Ich bin ein Wettbewerb. 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 Wettbewerb. Bieren hast du gesagt. Ah, zwischen der momentanen Position und der Zielposition. Ich habe hier ziemlich viel Piraterie. Das ist nicht so lustig. Habt ihr das auch? Nein, aber ich habe... Null Piraterie bei mir. Das haben mir alles zu ihr geschickt. Ah ja, dunke ich mich gerade. Ich probiere das mal mit der Patrouille. Schau, ob das funktioniert. Zeig es mir jetzt an, was du machst. Ah, ja. Es zeigt sich. Autopatrouille. Okay. Okay. Mein primitiver Volk kann ich nicht beobachten. Ja. Ja. Das ist nicht mehr primitiv. Das ist nicht mehr primitiv. Mein Sack. Ich gehe dir mal gleich zeigen, wie primitiv das ist. Es geht gar nicht so ein Hurescheiß. Ich erkläre lieber mal einen anderen Typ dort. 68. Aber ich muss manchmal Forderungen stellen. Ich bin nochmal weg und hey, ich darf nicht mehr lange heim. Dann schau ich die Fall auch nicht. Ich bin nochmal weg. Untertitelung des ZDF, 2020 Construction complete. ... 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 Mängstens kann ich ihn jetzt beleidigen. Also habt ihr herausgefunden, warum ich keinen Anspruch machen kann? Oder was muss ich machen, dass ich einen Anspruch habe? Alles sehr mysteriös. Eben schon, oder? Ich habe einen Schiffswerft. Sehr gut. Aber ich müsste meine Flottenkapazität zuerst etwas rauf tun. Ah, da habe ich ja ein Schiffswerft. Sehr gut. Aber ich müsste meine Flottenkapazität zuerst etwas rauf tun. Ja, was meint ihr? Machen wir langsam zum Schluss? Ja, sollte man unbedingt. Ja, unbedingt. Ich finde auch. Dann musst du doch mal speichern. Bitte! Tee. Warte noch, warte noch, warte noch rasch. Ich muss nur noch schnell eine Handelsposten nehmen. One more turn. Ist gut wie jetzt kannst. Nein, sonst hätte ich das nächste Mal vergessen. Oh nein, jetzt kann ich noch eine Tradition machen. Ich habe gespeichert. Jetzt. Ich habe gespeichert. Okay, dann verlasse ich auch. Ähm. Wo ist das da? Rechts. Rechtsendet. Ja.